Obwohl ich etwas krank bin, hält mich das nicht ab, das vorletzte Herzteil in diesem Spiel zu holen. Dass ich jetzt endlich weiß, wie man es bekommt. Und ja, wir könnten das schon viel länger holen, aber gut. Und zwar muss man hier einfach X plus Y drücken. Dann wirft man eine Bombe mit einem Pfeil. Und so kommt man dann ans Herzteil, ans gewünschte, das vorletzte aus diesem Spiel. Sehr schön. Also wie gesagt, wir haben jetzt schon 31 von 32, genau. Das letzte ist da oben, das können wir noch gar nicht kriegen. Erst nach dem Dungeon, in den wir jetzt gleich rein starten. Nachdem wir von dort dorthin laufen, natürlich. Und zuerst müssen wir ja die Schildkröte irgendwie aufdecken. Wurde uns ja mitgeteilt. Bin ich gespannt, wie wir das machen. Aber gut. Sag mit meinem krassen Schwert, ach komm Link. Nicht jetzt schon Damage kassieren. So, hallöle. Öffst du an? Ja, tatsächlich. Dann komm du auch noch. Ja, hoch komme ich nämlich noch nicht. Ding. Hallo Schildkröte. Ich probiere es einfach mal zuerst mit Marins Song. Aber ich denke, das andere wird ihm eher Leben einhauchen. Ja. Okay. Also Marins Song braucht man echt nur einmal im Spiel für eine Zaubermuschel. Und die Schildkröte da ist, ist erwacht. Ist aber böse. Jetzt mal mit Bomben geht man an dem am leichtesten vor sich. Ja, kommt tatsächlich. Gut, dann wieder. Oh, lol. Na dann, Link war ich aus. Sehr schön. Liegt die Bombe? Das andere gehört mich irgendwie an den Fight von ein paar Parts. Zack. Ah ja, sie bricht sich langsam auf, die Schildkröte. Ja, komm. Zack. Direkt wieder. Langsam brechen wir diese Steinwand auf. Ah, noch nicht können wir angreifen. Okay. Aber ich schätze mal noch einmal. Oder? Vielleicht können wir jetzt auch schon mit dem Schild angreifen. Ja, tatsächlich. Mit dem Schwert können wir jetzt auch schon angreifen. Gut, dann müssen wir nur abwarten. Upsi. Bevor es in den letzten Dungeon geht. Ah, okay. So erreiche ich ihn gar nicht. Ach, geil. Und ich habe es trotzdem irgendwie verkackt. Keine Ahnung wieso. Oh, der macht einfach zwei Damage oder so. Krass. Okay, er darf uns nicht erwischen. So viel ist klar jetzt. Ah ah. Ah, das war es mit dir. Du komische Schildkröte mit einem riesigen Hals. Sehr schön. Eine Fee. Kommt mir sehr gelegen. Dann gehen wir nämlich fast voll wieder in den Dungeon. Okay. Und uns erwartet der Achte. Und somit letzte Dungeon des Spiels. Die Schildkrötenfelsen. Okay. Ab da rein. Geht los mal wieder mit einem Fight. Why not? Ah, sehr schön. Den können wir aber ganz gut angreifen. Kommt er wieder? Komm her. Komm, trau dich. Sehr schön. Okay, er ist schon mal kleiner. Und das war's. Ich sage, ich gehe einfach mal nach links. Und ja, wir gucken. Komm, schieß du. Das ist mal witzig. Dass er sich selber ausrottet. Und wir jetzt schon ein Bossfight. Und zwar der Hinox. Aber ganz ehrlich. Der ist eh am leichtesten von allen. Und mit dem Angriffsboost von meinem Gewand. Ist der auch absolut kein Problem. Ich habe nochmal gecheckt, ob wir wirklich alle Feen. Also alle die beiden Feen haben. Was bist du? Lol. Ey, wie cool. Der macht uns einfach so einen Weg. Okay. Aber ich glaube, ich habe es verkackt. Und man kann ihn lenken. Schätze ich zumindest mal. Moment. Ja, tatsächlich. Oh, ich habe es wieder verkackt. Ich will wissen, ob man was bekommt, wenn man den ganzen Platz hier ausfüllt. Ah, okay. Man muss immer durchgehend gedrückt halten in eine Richtung. Verstehe. Sehr schön. Wir haben es. Und bekommen tatsächlich was dafür. Cool. Und zwar einen roten Rubin. Gehe ich aber mal nach unten, weil das ein bisschen schwerer war. Aha. Schon mal eine Schatztruppe. Boah, ich habe jetzt so drauf vertraut einfach. Dass hier, ähm, dass ich auf X die Feder habe. Könnte auch in die Hose gehen. Aber ist es natürlich nicht. Muss eigentlich mal Gott sei Dank. Zack, durch den Boomerang kann ich auch endlich Diek töten. Ein nächster Bossfight. Okay. Ah, dieses Glibbertyp. Ich kann den... Ich weiß gar nicht mal. Oh, der ist auch simpel wie sonst was. Seit wir unser neues Gewand haben. So, was ich noch... Okay, ja. Geh mir weiter einfach. Oh, wieder du. Ah, cool. Wir können ihn sogar mit seinen eigenen Waffen schlagen. Mann, der stört mich jetzt. Dankeschön. Ich weiß mal, ich kriege auch irgendwas dafür, weil es ist jetzt nicht so ein kleiner Fight gegen so einen Typ. Komm, teile dich auf. Sehr schön. Oh, wow. Ich wollte so ein... Hä? Okay, wenn er klein ist, dann... bewegt er sich auch, äh, äh, dann hat er Schiss und geht weg. Okay. Dann gehe ich jetzt in Süden. Habe ich vorher gar nicht gesehen, dass hier was ist. Nein. Sehr schön. Und wir bekommen... ...den Kompass. Nun kannst du Truhen und den Endboss sehen. Außerdem ertönt ein akustisches Signal in der Nähe, wenn du einen Schlüssel sammeln kannst. Okay. Aber wir haben hier eh alles aus den Räumen. Deswegen kann ich jetzt wieder zurückgehen. Ah, ist schon mal schön. Jetzt kann ich alle Truhen sehen. Ja. Cool. Ich weiß auch nicht, wie schnell wir heute in den Dungeon vorankommen. Aber ich schätze mal nicht, dass ich ihn hinkriege, weil er ist schon groß. Zumindest auf den ersten Blick gibt es hier noch einen Raum. Nein. Dann einfach alles zurück. Aber... Warum komme ich hier wieder so raus? Ja. Aber wir müssen ja noch nach... ...dort oben. Gut. Oh, ich mag das, wenn man den Kompass so früh kriegt. Ja, genau deshalb. Kann ich mir schon sicher sein. Okay. Ne, das kann ich nicht schießen. Ja, dann merke ich mir das. Dass es hier noch was gibt. Einfach mal... Achso, ja, da ist auch ein Truhen-Symbol. Ne, keine Ahnung. Ey, ich komme ja eh nochmal hin. Deswegen halte ich mich jetzt auch nicht damit auf. Sondern geh weiter. Anscheinend ganz zurück, weil irgendwie ist hier kein anderer Weg möglich. Ja, jetzt nicht mal hier. Okay, du kannst mir jetzt auch mal kurz gestohlen bleiben, weil ich gehe dorthin. Ah, hier gibt es wieder so ein Ding. Oh mein Gott. Ich laufe einfach mal so. Ich hoffe mal nicht, dass ich die ganze Lava wegmachen muss. Bäh. Ah, schaut mal, das geht auch wieder weg. Okay. Das ging ja so, ne? Ja, genau. Dann den hier. Und dann kommen wir auch schon an diese Truhe ran. Cool. Gefällt mir gut. Der Dungeon läuft auf jeden Fall bis jetzt besser. Und jetzt vor allem, nachdem wir die Karte und den Kompass haben, denke ich mal, sind wir schon ganz gut dabei. Oh mein Gott, er ist echt tatsächlich mit Aschen der Größte. Und da ist der Boss. Okay. Ja, da waren wir, da kommen wir aber nicht weiter. Vielleicht gehe ich jetzt erstmal wieder da nach dort zurück. Ja. Komme ich hier so zurück? Ja. Habe ich mir gedacht, weil da so ein Gang ist, dass der durchgängig ist. Ich muss mich nicht mal mehr besiegen. Freut mich. Dann kann ich einfach weiter gehen. Ach so. Zack. Du bist tot. Ach. Perfekt. Oh. Nice. Ne Fee. Ne Fee. Sie hat mich gerade geheilt, aber es hat sie nicht Energie gekostelt. Das war komisch. Sehr schön. Also hier gibt es auch so ungefähr zwei Etagen. Ihr seht ja, da kann ich wieder runterspringen. Hier ist Sattgasse, ne? Ja, dann gehe ich hier erstmal hin. Ach so, ihr. Ihr reagiert wie Shy Guys? Ja. Vielleicht sind das echt Shy Guys ohne Maske. Wer weiß. Ah, okay. Und es öffnet sich der Weg. Aber ich will wissen, ob hier noch irgendwas runter ist. Man kann ja nie wissen. Den einzelnen Rubinen habe ich echt nicht mehr nötig. Sorry, aber mit 2000 Rubinen ist das, glaube ich, nicht mehr nötig. Ah. Oh, schade. Könnte ich sogar hin. Ho hin. Aber habe ich jetzt nicht. Ach, das ist ein geiler Eisitem. Ich liebe Zelda mit Boomerangs. Wo kommen wir raus? Ah ja, okay. Komm. Sehr schön. Ah, da ist ein Knopf. Der uns den Weg aufmacht. Und ein weiterer Bus. Okay. Vielleicht kommen hier nochmal alle Minibosse dran. Das wäre auf jeden Fall komisch. Aber den Bus mochte ich ja sowieso voll gern. Genau deshalb. Wir spielen Ball mit ihm. Nein. Aber ich kann ihn auch tatsächlich auf keine andere Art damagen. Haha, er ist da. Nochmal er ist da. Nochmal er ist da. Oh, jetzt ist er tot. Ja. Vier Hits und er ist down. Ach ja. Nice. Ach, wo gehe ich jetzt hin? Ja, unten geht es nicht weiter. Okay. Dann natürlich erstmal runter. Okay. Und wo es eine Gratistruhe gibt. Gut. Nehme ich natürlich gerne. Und wir kommen in den Schnabel aus Stein. Jetzt fehlt nur noch eine Orientstatue, die zu der passt. Krass. Also wir gerade alles Wichtige schon gefunden haben. Krass. Äh. Ja, ich gehe mal zuerst. Nein. Link. Ich gehe zuerst mal nach links. Aber die Truhe. Moment. Wir wollten ja Truhen verbinden. Stimmt. Äh. Ich gehe mal in Treppen. Dann fangen wir an mit Herz und Herz. Sehr schön. Ja, das ist nämlich viel einfacher zu merken. Und das führt da nicht zu Verwirrungen. Oh Gott, wir müssen den ganzen Raum ausfüllen. Schätze ich zumindest. Aber so läuft es ja ziemlich. Das war falsch. Ja. Ach man. Aber jetzt eine Bombe. Das ist übel schwer erkennbar. Aber ich habe es Gott sei Dank noch gesehen. Das führt uns in einen Einzelraum. Mit einem Kristall. Wir gehen einfach mal um. Also nochmal. Nee, hä? Nee, das ist wieder falsch. Flicks noch nicht. Äh. Ich denke mal der... Ach so, ups. Ja doch, so ist richtig. Jetzt verpasst es. So, ja, sieh dir. Okay. Das ist nur eine Frage, wie man es macht. Und wir bekommen einen kleinen Schlüssel dafür. Style-Schalter ist umgelegt. Deswegen, ja mal gucken, was uns das bringt. Wir haben schon zwei kleine Schlüssel erhalten. Jetzt denke ich mal wieder am Anfang gleich. Ja. Upsi. Komplett falsches Timing erwischt. Ach man. Ich habe doch geschossen die ganze Zeit. Und immer noch nicht am Anfang. Äh. Ah doch. Ja. Das ist sozusagen die Verbindung. Heißt, es geht auch hier wirklich weiter. Okay. Ja, dann tue ich das auch natürlich. Gehe ich nochmal unten durch. Oh, leih. Ich konnte sie sogar besiegen. Wieso denn das? Äh. Hier muss man aber echt oft Item wechseln. Das war noch nie so. Ah, nein, nein, nein. Och. Come on. Ich nutze ja vor, dass das Teil, äh, macht Teil aus, oder? Findet ihr nicht. So, wo muss ich jetzt denn nach unten weiter hin? Okay. Muss ich auch wieder den? Okay. Sehr schön. Heißt jetzt durch die Treppe. Ich bin doch in Ruhe, komische Schlangen. Aha. Bye. Was mache ich da schon mal? Das Zweite. Einfach nach der Reihe. Oh Gott. Link. Renn, 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 renn. Ach, geschafft. Nice. Hier dasselbe. Ah, haha. Nice. Ohne Damage davon gekommen. Vielleicht mal markieren. Mit dem hier. Sehr schön. Oh, jetzt sind wir oben. Nice. Äh. Ah, sind jetzt auf der anderen Seite. Ja. Tatsächlich. Ach, das ist nur so eine... Äh, ja, ja. Okay. Ah, okay. Ja, ja. Ich verstehe es, Leute. Das ist eine Verbindung. Kann ich das vorschieben? Nö. Soll ich jetzt jedes einzelne schieben, oder was? Irgendjemand muss ja verschiebbar sein. Ah ja. Guck an. Ey, was hat es mir halt gebracht? Äh. Nix. Hat mir absolut nix gebracht. Und da geht es auch nirgendwo weiter, glaube ich. Wait. Ähm. Ja, tatsächlich. Vielleicht hier? Nö. So, das kann man verschieben. Dazu von unten kann man das verschieben als Shortcut. Heißt, ich glaube, ich bin hier noch nicht richtig. Aber es gibt ja sonst keinen Weg. So. Doch, die Treppe hier. Ja. Da müssen wir hin. Okay. Ah, ich muss aber auch durch den anderen Weg. Stimmt ja. Sorry. Den Secret Weg. Ja, perfekt. Und jetzt machen wir uns einen Weg. Genau so. Ja, perfekt. Dann nehme ich zuerst mal die Treppe hier. Wo führt die mich hin? Shortcut. Ich hoffe, es gibt nicht so viele Treppen. Komm ich hier weiter? Wow, dieser Eisblock ist schön hart, aber kalt. Komm noch nicht weiter. Okay. Brauche ich auch keine Markierung mehr. Oh, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Wow, Prank. Fuck. Geh durch. Und dann nehme ich den Typ vorbei. Perfekt. Ich hoffe, der verfolgt mich einfach mal nicht. Ach so. Und perfekt. Ja, jetzt komme ich hier weiter. Drei Herzen. Da muss ich aber auch nicht runter. Sehr schön. Hat mir sogar echt was gebracht. Und... Diese Markierung. Ich darf bloß kein... Da komme ich jetzt auch nicht. Oder warte. Nö. Es ist ganz schön hart, aber kalt. Jetzt kann ich jedes Item benutzen. Also Eis kann man eigentlich sprengen, aber das glaube ich nicht. Ja, okay. Bumbe auch schon mal nicht. Das wird es auch nicht sein. Enterhaken. Äh, das ist jetzt auch das letzte. Bumbenfall wird es auch nicht sein. So. Okay, dann komme ich hier auch nicht weiter. What? Wo soll ich denn noch hin? Wie? Ach so. Obst da. Ja, okay. Och, wieder alles zurück, weil ich einen Fehler gemacht habe. Natürlich. Aber wenigstens kapiere ich es. Nicht so wie im letzten Dungeon, wo ich komplett irre und so rumge... rumgepaumelt bin, weil ich nicht wusste, wie ich weitermachen soll. Ich frage mich gerade, habe ich den Knopf schon gedrückt? Dafür stirbt ihr jetzt. Ich wollte euch leben lassen, aber wenn ihr nicht wollt... Ja, okay. Habe ich schon. Zack. Und den anderen auch noch. Hahaha. So. Zum dritten Mal. Mal gucken. Alle guten Dinge sind drei, dann muss es ja jetzt funktionieren. Perfekt. So. Vielleicht ist hier mal der richtige Weg. Es gibt nämlich keinen anderen. Ich wollte noch die Markierung löschen, weil ich da nicht reingegangen bin, oder? Ich glaube nicht. Ah ja, okay. Tatsächlich komme ich jetzt weiter. Ups, das bringt mir absolut gar nichts. Das ist so unfair. Ich komme hier nicht raus. Und der... So, I don't care. Du stirbst jetzt. Okay. Also es bringt mir immer noch relativ wenig. Ich komme hier hoch. Und dann bin ich... Hier. Ach, obwohl. Ne. Ein Shortcut wieder. Zack. Kann ich auf jeden Fall verschieben. Äh, und sonst so? Nix eigentlich. Frage ist halt wirklich, wie ich weiter mache. Ah, mein Gott. Ich hasse das, dass ich das immer wieder übersehe. Und mir gelegt. Ah ja, stimmt. Hier komme ich ja noch nicht weiter. Mann, wie der unnötig Zeit verschwendet, weil ich es nicht sehe. Ja, und was bringt... Ah, da komme ich weiter. Ach so. Bringt aber mal wieder nix. Muss irgendwie hier hinter in den Bereich kommen, damit es weiter geht. Weil, auf was der Scheiter hält, ist es eigentlich wurscht. Noch zumindest. Boah, jetzt habe ich den Weg auch wieder nicht, ne? Ne. Oh, ist das nervig. Mann. Ich brauche das Dungeon-Item, wenn es gegen Eis hilft. Wenn, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ob es hilft. Oh Gott. Go away. Go away. Ich möchte den Dungeon nämlich eigentlich ohne Hilfe schaffen. So. Und so. Ah, ich habe eine Idee. Ich sage jetzt nicht, das stimmt. Oh, wow. Oh, wow. So simpel. Ich verstehe echt nicht, wie ich es verkacken konnte. Aber gut. Geh einfach mal weiter und no commentary. Ja, aber hier komme ich auch nicht weiter. Okay, da sind nur Items. Oder warte, Bombe. Keine Bombe. Auch nicht. Warte. Wieso kann ich mich hier hinstellen? Es blinkt doch gar nix. Komm ich wenigstens hier... Ja, hier komme ich weiter. Ach so, von dort komme ich ja. Upsi. Aber ich glaube, hier gibt es einen Weg. Ja, nee, eine Schlüsseltür. Und wir haben auch zwei Schlüssel. Also einen jetzt noch und jetzt keinen mehr. Also hier muss es weitergehen. Bitteschön. Okay. Bringt mir nix. Ja, da wollte ich jetzt sowieso hoch. Um zu gucken, wo ich rauskomme. Also, wo sind wir jetzt hier? Ja. Drittes Symbol. Da brauchen wir jetzt mal endlich wieder den Enter-Haken. Wusste ich, dass die jetzt da random rauskommen. Oh, die kommen aber auch oft raus. Nun, natürlich den oberen Weg. Zack, genau deshalb. Haha. Zack. Und ich bin full. Sehr schön, dass du im Unfairen... Wo bin ich? Oh. Okay. Oh, ich komme schon so zum Boss. Das ist... Äh, das hier. Ja, sehr schön. Aha. Items. Also. Und sonst ist hier nix. Nö. Dann geht's wieder zurück. Aber ist ja eh kein langer Weg gewesen. Ja. Die Goombas sind sogar nicht mal respawned. Also. Nicht schlimm. Zack, so. Springt ihr doch? Ihr springt sogar so hoch. Hätte ich nicht gedacht. Na, ach, komm Link. Okay. Äh, hier durchkomme ich. Ja, perfekt. Boss? Nein. Aber Eulenstatue. Und euch kann ich doch bestimmt mit Bomben zerstören. Eule sagt eh irgendwas mit zerstöre alles, ne? Aktiviere die Kreaturen von oben herab, um den Schlüssel zu erhalten. Was? Ach, lol. Möchte jetzt bitte alles wegspringen. Natürlich bleibt eins übrig. Ist ja logisch. Oh. Got it. Habt ihr's gesehen? Gut. Wo geht's hier hin? Zu ner Schlüsseltür. Geil. Umarang. Komm her. Oh mein Gott, wie geil. Ne Fee. Und noch eine. Wow. Könnte man sich auch aus Heilraum speichern, aber brauche ich nicht. Ah, es bringt gar nichts. Tatsächlich. Gut, hier brauchen wir einen kleinen Schlüssel. Aber wir haben zumindest, ähm, schon mal rausgefunden, dass hier, äh, eine Brüche gewandt ist. Ah ja, und dass ich euch töten muss. Oh, wow. Ich mag diese Gegner nicht. Ja, was bringt's denn? Ja, gar nichts eben. Hab ich mir doch grad so gedacht. Ach, geschafft. Nice. Der Schlüssel sah riesig aus, aber im Nachhinein ist er das ja gar nicht. Wir haben halt noch nicht mal den Zwischenboss. Also der Dungeon ist mal wieder riesig, aber haben schon eigentlich echt viel gesehen. Ja, die Hälfte kann sogar schon rum sein. Ich würde halt gerne noch, ja, mal wieder so einen. Okay, und du gibst mir auch einen Schlüssel, heißt's. Muss sein. Mittlerweile kann ich den ja ganz gut. So, jetzt hat er Friss. Ach, jetzt habe er's. Perfekt. Ah, jetzt hat er wieder Hunger. Ey. Ja, du auch, weil du den Mund aufmachst. Schade. Dann lösche ich erstmal den einen aus, oder? Ja, perfekt. Sehr schön. Ups, ich muss ja wieder abwarten. Der Boss ist irgendwie unnötig, aber ich kapiere ihn wenigstens, weil er jetzt im dritten Dungeon schon ist. Also drittes Mal in einem Dungeon. Dann friss und stirb. Und gib mir meinen Schlüssel, oder? Ja, eben. Haben wir schon gedacht, verarsch mich jetzt nicht. Truhen können ja Gott sei Dank nicht respawnen. Heißt, da sollte es auch kein Problem geben. Schlüssel. Brauche ich jetzt eigentlich nicht den Weg, da ich glaube, ich spaß mir lieber. Ah, ich weiß jetzt, wo wir rauskommen auch. Ne, ich gehe erstmal hoch. Zu der Truhe, genau. Hier waren wir auch gerade, ja eben. Jetzt haben wir eine Verbindung. Ach, nö. Ich muss mich wieder selber töten. Ich hasse das. Wieso geht das nicht? Gut, Link. Dann zerstör dich mal wieder selber. Äh, wird man da weggeschleudert? Nö. Gut. Aber jetzt dauert es immer länger, weil wir immer mehr Herzen haben. Aber das sollte ja eh das letzte Mal so eine Truhe sein. Ich meine, wir sind auch im letzten Dungeon. Also, no problem. Und es geht ja mit Bomben Gott sei Dank ziemlich schnell. So traurig, dass ich mich selber töten muss, weil die Gegner es nicht schaffen, Mann. Ach, wirklich? Ich habe drei Herzen. Wow. Erstmal schön 10 Bomben verschwendet oder so. Ich glaube, das letzte Mal, die letzten beiden Male, wo ich Game Over gegangen bin, war durch mich selber. Wegen, ja, genau diesen da. Sehr schön. Dankeschön. Oh, ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr zurück. Kann das sein? Kann wirklich sein. Bitte nicht. Ach gut. Ah, wie, wie, wie. Nee, tatsächlich, ich will es mich verarschen spielen. Oh, Mann. Mann. Sollte ich hier vielleicht nicht gleich hinkommen? Wo komme ich jetzt raus? Dort wieder. Na, geil. Dann kann ich mich da wieder vorkämpfen. Yay. Oder wir machen hier sogar. Ja, wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Part, wenn ich dann hier so bin, vor diesem Schlüsseltor. Im achten Dungeon. Bis dahin, Leute. Und tschüss. Und dann würde ich uns helfen. Näger принципе. Tösspie Filmssky. Töss Hahni. Not. Und. Oh... Oh, Hey. Ga. ennis. Yep. Not. Was. Otherwise. Cert. Oh, hey. Untertitelung des ZDF, 2020